Hallo und willkommen zu einer kleinen Videoantwort an German Let's Play. Und zwar hat der liebe GLP bei WillBeFaster, bei Happy Wheels, kennt ihr ja alle, gibt es auch auf meinem Kanal, 4,53 Sekunden geschafft bei dem Level und ich werde jetzt versuchen, schneller zu sein. Also, Maus aus dem Bild nehmen und los geht's. Äh, fangt der schon sehr gut an, vor allem, ja, gut, nochmal, komm, gib Gas, nein, verdammt, komm, nachher unten rechts solltet ihr, was eigentlich beleidigt sind, was zum Original-Video von GLP führt, ah, komm, jetzt schaffe ich's aber, fliegt doch eh schon über das halbe Level. Okay, 5,33 Sekunden, schon mal ein guter Anfang. Für den ersten Sieger mal, dass ich da durchgekommen bin, überhaupt. Also, ich glaube, man muss halt einfach so schnell wie möglich da drüber kommen, auch fliegen am besten. Damit man so wenig wie möglichen Bodenkontakt hat. Ja, das wäre jetzt ein bisschen schneller gewesen. So, aber jetzt. Nein, ich bin nach vorne geflogen. Ja, einfach von beiden nur der Kopf abgefallen. Was soll denn das? Ganz zufällig, sicher keine höhere Macht im Spiel. Nein. Ich lebe mich, glaube ich, zu weit nach hinten, ey. Das werde ich noch schaffen, GLP, wenn du das hier siehst. Verdammt. Wenn ich es dann endlich mal schaffe, überhaupt mal ein paar Meter weit zu kommen, und jetzt zwangt es an zum Leggen, und dafür fliege ich aber. Ja. Nein, schon wieder genau dieselbe Zeit. Das gibt es doch nicht. Da ist eine böse Macht am Werk. Und jetzt aber. No. Hallo. Ja, ja, ja. Nein, was brauchst du so? Nein. Die zerfetzt einfach an der Mauer dort. Das gibt es ja nicht. Das ist ja nicht. Ich habe es geschafft. GLP hat 4,53 Sekunden. Ich habe 4,46 Sekunden. Aber jetzt werde ich mal versuchen, noch schneller zu sein. Weil, ja, drei Minuten ist ein bisschen kurz. Für mich könnte ich das auch gerne als Happy Wheels Part sehen. Aber so lange werde ich das jetzt nicht machen, weil die ganze Zeit ein Level zu spielen, ist doch ein bisschen. Ja, es zieht sich. Komm, komm, komm. Oh, 4,66 Sekunden. 4,13 Sekunden. Das wird ja mal immer niedriger. Ich bin ja schon noch gespannt. Also ich werde jetzt auch so bis 5 Minuten machen, aber mehr dann auch nicht, weil, ja, danach zart er sich. Schlechter. Aber jetzt geht es schon. Also am Anfang war es ein paar Ziele. War es ein bisschen. Ja, aber jetzt habe ich es verschrieben. Hop, 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 hop. Viel zu langsam, viel zu langsam. Und dann bricht die Brücke ein, bevor ich drüber komme. Ja, ja, ich mache hier auch nochmal Schluss. Von mir aus könnt ihr, keine Ahnung, auf meinen Kanal schauen, auf Jill Peas Kanal schauen, was auch immer ihr wollt. Also hier wird, werde ich Jill Peas hinmachen, wunderschön. Da werde ich meinen Kanal wunderschön hinmachen. Und, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, Jill Peas.